Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 3. So, ich habe heute ein PS3-Freundeslisten-Video vorbereitet. Und heute mal ein interessantes für alle und selbst für die PC-Spieler. Mein Großteil meiner Abonnenten hat nämlich gar keine PS3, diese Playstation. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Xbox aussieht. Und für die Leute, die ein Xbox-Ding haben, die können mal schreiben, sieht das genauso aus, oder? Das müsste doch eigentlich genauso aussehen wie auf der PS3. So, ich gucke mal, wer mir jetzt geschrieben hat. Bevor wir hier die PS3, muss ich erstmal hier grob durchgehen. Konkparodie, habe ich, glaube ich, gesagt, dass es nicht so toll war. Checkerflow. Oh je. Ah, der Skrillex, oh, da muss ich mich noch melden. Mann, wir tausend Abonnenten, das muss ich allen sagen. Bitte, hört mir mal zu. Ich kann es teilweise verstehen, wenn YouTuber sagen, äh, die haben einfach keine Zeit mehr, mit irgendwelchen Leuten zu zocken und so. Und das ist wirklich wahr. Und ihr wisst ja, ich bin ehrlich. Ich verschenke auch manchmal ein Headset für 100 Euro. Ich kann euch sagen, es ist sowas von schwierig, mit tausend Abonnenten PSN-Freunden zu zocken, mit jemand in der Liste. Das funktioniert kaum bis gar nicht, weil man einfach immer noch was zu tun hat. Und da gibt es dann ja 40 oder 50 Leute manchmal online und der eine möchte das spielen, der eine möchte das mit mir spielen. Da muss man einfach Verständnis haben, dass das einfach nicht geht. Ja, das ist ja jetzt nicht schlimme, so. Ich habe ja meine Abonnenten auf YouTube, versteht ihr, was ich meine? Und, äh, auf YouTube sind wir alle gleich, versteht ihr? Da ist egal, ob jemand eine Xbox hat oder eine PS3, auf YouTube sind wir alle gleich. Und ich denke, und das möchte ich nochmal YouTube nahelegen, dass YouTube irgendwann mal auch Spiele in die Plattform einbauen sollte. Zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendein Spiel oder so, wo man vom YouTube-Server dann spielen kann, mit seinem eigenen YouTube-Kanal. Das heißt, wenn ich jetzt der Junge Zocke heiße, kann ich in dem Spiel dann spielen gegen den Clan-Gamer oder so. Versteht ihr, was ich meine? So wie Facebook, da gibt es ja auch die verschiedenen Spiele. Naja, ich habe euch die Dinge gezeigt. Ähm, und dafür muss ich nochmal runterscrollen zu einem besonderen Menschen. Und da müssen einfach nochmal ein paar Sachen gesagt werden. Ja, ihr habt, ihr habt, ihr habt doch alle... Ich weiß es, ich weiß es. Ihr müsst... Mach mal jetzt mal, sag mal jetzt mal, mach mal jetzt mal ehrlich, gell. Jetzt mal... Jetzt mal, äh, Bier aus der Hand oder Stope. Ich kann dir sagen, ich weiß, was ihr jetzt denkt, der Agent 007 oder ein Woffer, ähm, Montana Black 88. Ich meine, ähm, wisst ihr, ihr habt wahrscheinlich einen YouTuber abonniert, der heißt Montana Black 88. Ist ja gut. Man darf abonnieren, was man möchte. Ähm, und zwar hat er ja mal ein YouTube-Video gemacht, Montana Black, wo er Opferagent geschrieben hat. Und ich meine einfach, ähm, diesen Menschen zu verurteilen, ist, ist einfach, einfach ganz, 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 ganz armselig. Weil Agent ist ein cooler Mensch, hat einen coolen Clan mit Deutschen, mit Franzosen und mit ganz vielen Leuten. Das ist ganz, ganz toll. Versteht ihr? Das ist ja ein Clan, der nicht nur aus Libanesen besteht, sondern aus vielen, aus Jüngeren. Agent ist es egal, ob jemand elf ist oder zwölf Jahre, das ist dem scheißegal. Das interessiert ihn nicht. Der hat Werte, dem ist es egal, ob jemand Jude ist, dem ist es egal, ob jemand Buddhist ist, für den sind alle gleich. Und das ist das Tolle. Das ist eine Botschaft. Nö? Nö, denkt mal ein bisschen drüber nach. Aber, ja, 23.05. Datum müsst ihr euch nicht interessieren. Das ist schon lange vorbei. Wahrscheinlich gibt es mal Weihnachtsgeschenke, wenn ich das Video hochlade. Aber egal, haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ciao. Bis zum nächsten Mal.